Danke, Kinder. Habt ihr gut gemacht. Danke, ihr Mitarbeiter, um uns in dieses Stück hineinzunehmen. Eine wirklich spannende Geschichte. Wann immer man sie in der Bibel liest, freut man sich, weil sie so bildlich, so ereignisreich ist und ein gutes Beispiel für uns. Und deshalb wollen wir auch heute etwas aus dieser Geschichte mitnehmen. Wir Kinder, wir Väter, wir wissen, wir Ehemänner, wir wissen, was ihr Frauen leistet. Es ist schon enorm. Wir wissen auch, dass wir das nicht könnten. Und doch zeigt auch diese Geschichte gerade, dass Frauen an ihre Grenzen kommen können und dass das immer wieder passiert. Und gut ist es, wenn wir das erleben oder das befolgen, was wir aus diesem Stück mitnehmen wollen. Was macht eine Mutter? Was macht eine Frau, wenn sie in einer Not ist? Wenn sie an die Grenzen kommt? Wenn sie nicht mehr weiterweist? Es ist gut, wenn ihr, Mütter, Frauen und wir alle, die wir heute den Gottesdienst erleben oder zu Hause zuschauen, wenn wir etwas aus dem Gebet von Hannah mitnehmen. Ich glaube, wir können alle was davon lernen. Und deshalb möchte ich uns drei kurze Dinge heute mitgeben, die ich so aus dem Gebet herausgenommen habe und für euch heute mitgeben möchte. Das Erste, was wir aus dem Gebet von Hannah lernen können, ist, Gott versteht dich besser als alle anderen. Wir haben gesehen, obwohl es ein Fest war, ein Familienfest, alle gehen nach Jerusalem, alle feiern, dass es Hannah nicht zum Feiern zumute war. Sie fühlte sich verletzt, allein, vergessen, vergessen in ihrer Not. Dann hilft es auch nicht, wenn der Ehemann versucht, bei liebevollen Worte zu sagen, ich liebe dich über alles. Ich liebe dich mehr als zehn Söhne. Das ist von uns Männern nicht gemeint, aber das erreicht oft nicht genau die Herzenstiefe, die es braucht. Da können wir natürlich auch mit Geschenken kommen. Du darfst das Doppelte essen. In der Geschichte bekommt Hannah die doppelte Portion. Elkanah ist großzügig. Aber das trifft es nicht. Das ist so mit den Geschenken und mit nett gemeinten Worten. Manchmal ist das halt auch nur sehr begrenzt. Hannah hatte keine Kinder. Hanna litt unter Kinderlosigkeit. Im Alten Testament ist Kinderlosigkeit eine Schande. Wahrscheinlich hat dich Gott bestraft. Und heute ist es auch ein Schmerz, aber damals war er noch größer. Und so leidet Hannah und die Mitbuhlerin, die Penina, lästert auch noch und streut Salz in die Wunde. Ich glaube, wir Männer, Kinder, wir können das nicht nachfühlen, was ihr Frauen in solchen Momenten erlebt. Aber in dieser Not tut Hannah etwas ganz Wichtiges. Sie erkennt, ich kann nicht so bleiben. Ich muss mit meiner Not woanders hin. Und deshalb läuft sie zu Gott. Sie hat eine Sache ganz wichtig verstanden. Gott versteht mich besser als alle anderen. Sie rennt zu ihm, sie schüttet ihr Herz aus und am Ende der Gebetszeit lesen wir, dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Wir haben das so schön gesehen, wie sie pfeifend hier über die Bühne läuft. Plötzlich erkennt auch der Mann, hey, irgendwas stimmt bei dir nicht. Du hast dich verändert, da muss was passiert sein. Ja, im Gebet erfährt man neuen Trost, neuen Mut, neue Zuversicht. Ich glaube, manchmal hoffen wir, dass der Ehepartner oder dass die Kinder uns verstehen. Und ich glaube, das gilt uns allen, nicht nur euch Frauen so, auch uns Männern. Ich glaube, wir alle haben Erwartungen an Menschen. Wir hoffen, dass sie unsere Not sehen, dass sie uns verstehen, dass sie Mitleid mit uns haben, dass sie das Richtige sagen und nicht einfach so, ich liebe dich doch. Aber die meisten dieser Erwartungen werden leer bleiben. Menschen werden Menschen bleiben. Wir sind gut drauf, wir können helfen, aber wir enttäuschen auch oft. Gott tut das nicht. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gott an die erste Stelle im Leben setzen. Selbst über den Ehepartner. Ich kann meiner Frau nicht das geben, was Gott ihr geben kann. Sie kann mir nicht das geben, was Gott geben kann. Stimmst du dem zu? Gott versteht dich besser als alle anderen. Wo gehst du mit deiner Not hin? Mit deinem Problem, mit deiner Sorge? Traust du das Gott zu, dass er dein Problem versteht und hoffentlich auch löst? Oder läufst du zu anderen hin und wenn du enttäuscht bist, ziehst du dich zurück? Und bist allein und verlassen. Gott kennt dich besser als irgendjemand anderes. Er sieht deine Not. Er kennt deinen Zustand. Er hat dich nicht vergessen. Also, liebe Mütter, liebe Mütter, liebe Frauen, liebe Zuhörer, lasst uns zu Gott laufen. Lasst uns zu ihm schreien. Menschen können enttäuschen. Gott nicht. Er versteht uns. Zweitens, was wir aus dem Gebet mitnehmen können, ist, Gott hilft dir mehr als alle anderen. Ja, wir sind hilfsbedürftig. Und ja, wir können helfen. Wir haben Mittel. Wir haben Möglichkeiten. Aber bei all der Liebe, die wir Menschen einander zuneigen oder beweisen durch Hilfstaten, irgendwann kommen wir halt an unsere Grenzen. Und das haben wir auch in dem Stück gesehen. Und Hannah läuft zu Gott. Und Hannah erwartet und erlebt, wie Gott ihr hilft wie kein anderer. Wir haben es so schön gesehen. Sie fällt auf die Knie und sie bittet. Sie schreit zu Gott. Sie schüttet ihr Herz aus und sagt, Herr, schenk mir. Schenk mir einen Sohn und mir ist geholfen. Mehr habe ich nicht. Ich gebe sogar den Sohn dir wieder zurück. Es ist interessant, es ist ein Widerspruch. Sie bittet um einen Sohn, um ihn dann wieder abzugeben. Es geht ihr nur um dieses, ich möchte es erleben, dass du mich verstehst, mich erhörst. Dann kannst du gern meinen Sohn wieder haben. Wow. Ob wir dazu bereit wären. Aber wir lesen, Gott erhört ihr Gebet und er schenkt ihr wirklich nach einer kurzen Zeit den Samuel. Gott hört ihre Not. Er zeigt sich gütig, freundlich und er hört ihre Bitte. Liebe Mütter, bitte hört nie auf zu beten. Das Wichtigste, was ich, glaube ich, euch heute mitgeben kann, euch motivieren kann, ist, betet für eure Kinder. Immer wieder. Immer wieder. Hört nicht auf. Gebt nicht auf. Betet weiter. Lasst euch von Hannah ermutigen. Denn das, was ihr vor Gott bringt und wie ihr das vor Gott bringt, kriegen wir Männer oft nicht hin. Und deshalb ist es für uns wichtig, das euch heute mitzuteilen. Ihr habt da etwas, was auf dem Herzen liegt. Und es ist gut, wenn ihr das vor Gott bringt. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie vor 20 Jahren vielleicht, sich die Mütter bei uns zu Hause getroffen haben. Katrin und andere Frauen aus der Nachbarschaft. Unsere Kinder waren klein. Und es gab damals ein Programm, das hieß MIG, Mütter in Kontakt. MIG. Es ist ein Programm, das dich ermutigt, für deine Kinder zu beten. Es wurde nicht gebetet, sondern es hieß damals, die Kinder im Gebet baden. Die Kinder im Gebet baden. Alles vom kleinen Zeh bis zur letzten Haarspitze im Gebet erwähnen. Für die Kinder beten und füreinander beten. Für das Nachbarkind beten. Die Mutter betet für dieses Kind. Diese Mutter betet für dieses Kind. Und so haben sie sich jeden Dienstag, meine ich, getroffen. Jahrelang. Jeden Dienstag. Und so, meine ich, ein Wunder ist geschehen, weil die Mütter gebetet haben. Liebe Mütter, ich möchte euch ermutigen. Betet. Betet für eure Familien. Betet für eure Kinder. Hört nicht auf zu beten. Ihr könnt das Geschick der Kinder lenken. Ein Samuel wurde der hohe Priester. Der Samuel wurde der Richter im Land. Er hat das Geschick eines ganzen Volkes gelenkt. Wer hat ihn erzogen? Wer hat ihn geprägt? Zu Hause war er nur eine kurze Zeit. Dann hat er im Tempel gelebt. Das Gebet der Mutter. Lasst uns nicht müde werden, unsere Knie zu beugen für unsere Kinder, für unsere Familien. Ein drittes möchte ich euch mitgeben oder uns allen. Gott sieht in deinem Herz wie kein anderer. Gott sieht in deinem Herz wie kein anderer. Eli, der hohe Priester, hat gedacht, die Frau ist besoffen. Was murmelt sie da so lang? Normalerweise geht man hin, spricht da irgendein Psalmwort, ein auswendig gelerntes Gebetchen und geht wieder. Aber die Frau, die lallt da so lange rum, die muss betrunken sein und er hat sie ja richtig hart angefahren. Und dann erfahren wir etwas über das Gebet, das Hannah gesprochen hat und das sollten wir nicht überhören. Nein, Herr, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Das ist nicht 0815-Gebet, Leute. Das ist nicht, Herr, segne meine Kinder. Das ist das Herz ausschütten. Vielleicht ist das sogar die Schlüsselposition, der Schlüsselgedanke in dieser gesamten Geschichte. Das Herz ausschütten. Ich glaube, sie hat früher auch schon gebetet um ein Kind. Das wird nicht ihr erstes Gebet gewesen sein. Aber jetzt kam es aus ganz, ganz tief innen. Ihre Bitte war keine gewöhnliche. Und Gott sieht unsere Herzen. Er kennt unsere Herzen. Er kennt unsere Beweggründe. Und manchmal wartet er vielleicht, bis wir das Herz ausschütten und nicht einfach nur ihm vorbeigehen bitten, Herr, segne meine Kinder. Gott kennt dein Herz. Gott erforscht dein Herz. Und gerne würde er auf deine Gebete antworten. Sind sie ernst? Sind sie vom Tiefinnern? Ein kleiner Junge fragte seine Mutter, warum weinst du? Weil ich eine Frau bin, erzählte sie ihm. Das verstehe ich nicht, sagte er. Seine Mama umarmte ihn und sagte, und das wirst du auch niemals. Später fragte der kleine Junge seinen Vater, warum weint Mutter scheinbar ohne Grund? Alle Frauen weinen ohne Grund, war alles, was sein Vater sagen konnte. Der kleine Junge wuchs heran, wurde ein Mann und fragte sich immer noch, warum weinen Frauen? Endlich rief er Gott an und fragte ihn, warum weinen Frauen so leicht? Gott sagte, als ich die Frau machte, musste sie etwas Besonderes sein. Ich machte ihre Schultern sehr stark, um die Last der Welt zu tragen, doch sanft genug, um Trost zu spenden. Ich gab ihr innere Kraft, um sowohl Geburten zu ertragen, wie auch Zurückweisungen, die von ihren Kindern und auch vom Ehemann erfährt. Ich gab ihr eine Härte, die ihr erlaubt, weiterzumachen, wenn alle anderen aufgeben. Die Kraft, ihre Familie in Zeiten von Krankheit und Erschöpfung zu versorgen, ohne sich zu beklagen. Ich gab ihr Gefühlstiefe, mit der sie ihre Kinder immer und unter allen Umständen liebt, sogar, wenn ihr Kind sie sehr schwer verletzt. Ich gab ihr die Kraft, ihren Mann mit seinen Fehlern zu ertragen und machte sie aus seiner Rippe, damit sie sein Herz beschützt. Und zum Schluss gab ich ihr viele Tränen zum Vergießen. Die sind ausschließlich für sie, damit sie davon Gebrauch macht, wann immer es nötig ist. Liebe Mütter, Gott hat euch ganz, ganz besonders geschaffen. Er hat euch mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet. Er hat euch ein Herz gegeben, das wir nie haben werden. Und in diesem Herzen dürft ihr eure Kinder, euren Ehemann umbeten, begleiten und ihnen einen Platz einräumen, weil ihr selbstlos seid. Das werden wir nie. Das könnt nur ihr. Gott hat euch so geschaffen. Danke, liebe Mütter. Danke für eure Gebete. Danke für eure Liebe. Danke für den Platz, den wir in eurem Herzen haben. Und nur Gott allein weiß, wie viele Tränen ihr schon vergossen habt und vielleicht heute wieder vergessen werdet. Und wie viele Gebete ihr schon gesprochen habt, aber sie waren nie umsonst. Und deshalb kann man an solch einem Muttertag nur eins sagen. Betet bitte weiter. Schüttet immer wieder euer Herz bei Gott aus. Er sieht euch und er wird euch hören. Hannah hat harte Zeiten durchgemacht. Aber sie hat nicht zugelassen, dass ihr Herz hart wird. Sie lief immer wieder zu dem, der sie versteht und tröstet. Sie schüttete vor Gott ihr Herz aus. Sie nannte ihre Not beim Namen. Und sie gab, sie bekam wieder neuen Mut und Trost, weil Gott ihr Herz gesehen hat. Nimmt bitte dieses Gebet heute mit in diesen Tag, in die neue Woche und vor allen Dingen diese Wahrheiten, die wir aus diesem Gebet mitnehmen können. Gott segne euch. Amen.